Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auf Schalke steht ja nun die Winterpause auf dem Programm. Unsere Spieler haben in den nächsten zwei Wochen erstmal frei und dann beginnt logischerweise aber auch die Vorbereitung auf die Rückrunde. Und rund um diese Rückrunde gibt es natürlich auch viel zu besprechen, was die Kaderplanung angeht. Und dort gibt es nur noch Neuigkeiten rund um Niklas Tauer, Soichiro Kosuki und Thomas Ovejan. Ansonsten blicken wir heute auch noch einmal auf die Geschichte mit Karel Gerrads und Norbert Elgert, denn dort gab es noch mal weitere Aussagen zu. Und ansonsten schauen wir auch noch mal auf die Fretzensituation, denn da will wohl Schalke möglicherweise ja noch mal nachjustieren, denn so wie es aktuell ist, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Alles noch mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Schaut auch gerne auf Schalke Insight Clips vorbei. Dort kommen auch in den nächsten Tagen einige Videos online bezüglich der Tatsacheplanung für den Winter. Und jetzt gehen wir hier mal rein in die aktuellen S04 News. Und wir starten mit unserer Verletzungssituation, die natürlich bedingt auch durch das Spiel gegen Fürth noch mal deutlich mehr in den Fokus gerückt ist. Denn schon kurz vor dem Spiel war ja klar, Brian Lasme wird uns verletzungsbedingt fehlen. Er hat sich erneut einen Muskelfaserriss zugezogen. Und das war ja eine Meldung, die vor dem Spiel überraschend kam. Denn vor zwei Tagen bei der Pressekonferenz, als Karel Gerrits, also zwei Tage vor dem Spiel, als Karel Gerrits vor Ort war, hieß es ja, eigentlich sind keine Spieler noch hinzugekommen, die vielleicht schon gegen Rostock gefehlt haben. Da war noch keine Rede von Brian Lasme. Und auf einmal hat er dann einen Muskelfaserriss. Und das war natürlich wiederum auch typisch Schalke. Und vor allem ist es auch nach Danny Latzner, Dominik Drexner, Yusuf Kabadahi und Ron Schallenberg der nächste Muskelfaserriss, die nächste Muskelverletzung. Und das ist natürlich eine große Problematik im Verein, dass wir da einfach viel zu viele verletzte Spieler haben und das so auf jeden Fall nicht weitergehen kann. Und die BILD berichtet hier, dass mittlerweile auch jedem auf Schalke klar geworden ist, dass das nicht irgendwie nur durch ältere Profis kommt, die man hat oder einfach nur Pech ist, sondern nach BILD-Informationen sind unsere Verantwortlichen auch dazu bereit, die Experten im Profileistungszentrum ganz klar auch kritisch zu beäugen und hier die ganze Sachlage auch zu untersuchen. Sprich, gibt es vielleicht ein falsches Athletiktraining? Ist die Belastung möglicherweise falsch gesteuert? Gibt es schlechte Präventionsmaßnahmen oder sogar fehlende Kompetenz? All das sind Themen, die Schalke behandeln will, die Schalke behandeln muss und ich denke mal, das Thema könnte vor allem auch jetzt in der Winterpause durchaus interessant werden. Denn natürlich können es sein, dass ältere Spieler, wie zum Beispiel Danny Latzer, die auch natürlich Vorgeschichten haben, sich immer mal wieder verletzen, aber dass vor allem auch so junge Spieler wie Yusuf Kabadahi oder natürlich auch immer noch ein Brian Lasme mit 25, dann solche Verletzungsprobleme haben im muskulären Bereich, das ist dann schon ungewöhnlich und deswegen finde ich es richtig so, wenn unser Verein hier auch nochmal in einer gewissen Art und Weise gegensteuern wird und die ganze Sachlage auch untersucht, denn das muss auf jeden Fall sein. Klar, wir hatten beispielsweise damals unter David Wagner einen großen Umbruch im medizinischen Bereich, da hat man ja gefühlt alles verändert, das hat auch nichts gebraucht, doch da gab es viele Verletzte, viele Muskelverletzungen und das zieht sich einfach komplett durch bei Schalke, aber sowas ist halt kein Zufall. Deswegen muss da auf jeden Fall was getan werden und vollkommen richtig so, wenn man der ganzen Geschichte jetzt nochmal auf den Grund geht. Auf den Grund geht ja vor allem auch die Watz, die Geschichte zwischen Karre Gerrads und Norbert Elgert und darüber wollte ich jetzt hier nochmal überrichten, um auch ein bisschen Wind aus dieser ganzen Story rauszunehmen. Denn rund um das Spiel gegen Kräuter Fürth kam ja auch das Thema mal wieder auf, warum es denn zwischen unserem Cheftrainer Karre Gerrads und unserem Supertrainer der U19 Norbert Elgert, der die vergangenen Jahre, Jahrzehnte tolle Arbeit geleistet hat, noch keinen Kontakt gegeben hat. Die ganze Geschichte hatte damit angefangen, dass Norbert Elgert im Interview gesagt hat, er kennt Karre Gerrads noch gar nicht und deswegen wurde ja auch unser Trainer auf der Pressekonferenz darauf angesprochen und hat laut anderen Reportern relativ gefährlich darauf geantwortet, dass seine Tür für jeden Trainer, für jeden Mitarbeiter von Schalke 04 offen stehe und er selber da auch sehr offen sei, Gespräche mit anderen Trainern auch innerhalb des Vereins zu führen. Beispielsweise hat er das ja auch schon mit Jakob Fimpel gemacht von der U23, auch da war es eben so, dass Fimpel eher auf Gerrads zugekommen ist und da gesagt hat, die Jungs haben wir, die Jungs könnten vielleicht für die erste Mannschaft was sein und so gab es eben auch dann diese Themen zwischen Gerrads und Fimpel. Zwischen Gerrads und Elgert gab es bislang aber noch keine Themen und deswegen wurde dieses Thema an sich von den Medien meiner Meinung nach schon sehr aufgebauscht. Ja, Norbert Elgert ist vielleicht kein normaler Mitarbeiter auf Schalke, er ist seit mehr als 25 Jahren bei uns im Verein, kennt sich unglaublich gut aus in der Jugendarbeit und doch Karre Gerrads wird sicherlich merken und auch bald wissen, wie wichtig auch Elgert und generell die U19 für Schalke ist und das ist ja auch vollkommen logisch und das ist ja auch vollkommen richtig so. Aber es gab eben wie gesagt noch kein persönliches Gespräch zwischen Gerrads und Elgert und Elgert selber hat auf Nachfrage noch einmal gesagt, dass das für ihn persönlich kein Problem sei, sondern Schalke einfach generell ganz andere Probleme habe. Elgert selber fokussiert sich weiterhin und wie immer zu 100% auf seine Aufgabe, wobei ich mir da gewünscht hätte, dass vielleicht beide Trainer einfach, weil man Schalke kennt und weil man weiß, dass vielleicht aus solchen Themen viel gemacht wird, etwas klüger handelt. Beispielsweise hätte Norbert Elgert in seiner ersten Aussage, nee, es gab noch gar keinen Kontakt, ich kenne ihn noch gar nicht, es vielleicht anders ausdrücken können. Genauso gut hätte er natürlich auch Karre Gerrads erklären können, bei einer Aussage, seine Tür steht immer für jeden offen, dass er vielleicht doch dann bald einfach selber auch mal das Gespräch mit Norbert Elgert sucht. Klar ist aber auch, wir haben auch unter anderem Mike Büskins als Verbindungstrainer, der sicherlich auch Ansprechpartner ist für Karre Gerrads, was die Jugendabteilung angeht. Deswegen hoffe ich, dass das Thema jetzt mal endgültig vom Tisch ist, auch vor allem die Watt soll auch generell die Medien daraus nicht noch mehr machen, als es ist. Die beiden werden sicherlich bald ein Gespräch führen. Schalke ist aber auch in einer so brenzlichen Situation und erst recht vor ein paar Wochen nach Karlsruhe, nach Düsseldorf, war in einer so brenzlichen Situation, da hatte dann Gerrads auch sicherlich erst mal andere Dinge zu tun. Vielleicht wird man dann in der Winterpause auch eine gewisse Zeit finden für genau solche Themen. Und Themen in der Winterpause sind natürlich auch Transferthemen, Transfer-Spekulationen, Transfer-News und vielleicht noch bald fixe Transfers. Denn zwei Spieler wollen und können uns wohl im Winter verlassen. Und da geht es um Sojiro Kuzuki und Niklas Tauer. Denn wie die BILD berichtet, denken beide an einen vorzeitigen Abschied. Und das deckt sich auch mit Infos der Ruhr-Nachrichten. Denn die haben schon zuvor gemeldet, dass Schalke darüber nachdenkt, junge Spieler mit relativ wenig Einsatzzeiten abzugeben, beziehungsweise auszuleihen. Und dort sind eben vor allem Kuzuki und Tauer die logischen Kandidaten. Bei Sojiro Kuzuki war es ja so, dass er in der Bundesliga gute Ansätze gezeigt hat unter Thomas Reis. Dann gab es die mehrmonatige Verletzung. Da sind wir beim Thema Verletzungen. Wodurch er Kuzuki die Rückrunde am Ende komplett verpasst hat. Und trotzdem war natürlich auch die Hoffnung da, dass Kuzuki zur Zweitliga-Saison ein Durchstarter wird und uns helfen kann. Am Ende hat es unter Thomas Reis nicht funktioniert. Unter Karrel Gerrard hat er relativ wenig gespielt, weil es seine Position in der Systematik nicht so wirklich gibt. Und deswegen sucht man da nach einer Lösung. Schalke selber würde wohl Kuzuki auch ganz gerne in Liga 3 verleihen. Das ist wohl aber laut der BILD-Zeitung für unsere Nummer 14 keine Option, weil er nach seinen vielversprechenden Einsätzen in der 1. Liga ausgeschlossen hat, in der 3. Liga spielen zu wollen. Finde ich, ist auf jeden Fall sehr interessant. Denn diese guten Ansätze in Liga 1, ja, die waren da. Das ist aber auch schon fast ein Jahr her. Und seitdem hat sich Kuzuki auch nicht in der 2. Bundesliga durchgesetzt. Ich glaube, die 3. Liga bei einem offensiv ausgerichteten Team als typischer Flügelspieler, da kann auf jeden Fall gut funktionieren. Und da wäre eine Laie, finde ich, auch aus Vereinssicht sehr interessant. Aber deswegen wird es wohl bei Kuzuki eher ein Verkauf werden. Das ist das realistische Szenario. Ob hier vielleicht ein Zweitligist ausleihen möchte oder generell zuschlagen möchte, da scheint aktuell fraglich zu sein. Ich denke, Kuzuki wird auf jeden Fall einen Tapetenwechsel gut tun. Es sieht nicht danach aus, dass Kaira Gerrits rein systematisch auf Flügelspieler baut. Und deswegen kann es hier Sinn machen, auch eine Trennung zu vollziehen. Auf der anderen Seite hoffe ich trotzdem eher erstmal auf eine Laie umzucken, in welche Richtung sich Kuzuki entwickelt. Oder vielleicht auf einen Verkauf mit einer möglichen Rückkaufoption. Und dann wäre da auch noch die Personalie Niklas Tauer, die bei mir weiterhin große Fragen aufwirft. Im Winter ist er ja aus Mainz gekommen, als Leihspieler für anderthalb Jahre. Bereits in der Bundesliga-Rückgründe hat er nahezu gar keine Rolle gespielt. Und trotzdem ist er ja im Sommer bei uns geblieben. Auch da habe ich schon gesagt, gut aus Schalkersicht wäre es auch irgendwie unnötig, den Leihvertrag aufzulösen. Tauer ist ein super flexibler Spieler, der Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und Sechser spielen kann. Und den hast du einfach relativ kostengünstig im Kader. Warum nicht? Aber dass da schon Niklas Tauer selber oder auch Mainz gesagt hat, wir wollen die Laie beenden, hat mich überrascht. Und nun scheint es aber tatsächlich so zu sein, dass dieses Szenario, Leihabbruch im Winter, sehr realistisch wird. Denn Niklas Tauer hat in der aktuellen Saison gerade mal zweimal gespielt. Das war ja zum einen gegen Braunschweig und dann auch im Pokal gegen St. Pauli. Ich persönlich fand, die Ansätze, die er gezeichnet hat, die waren gut. Die waren so, dass man ihn hätte schon mehr auch einsetzen können. Aber irgendwie setzt man auf Schalke halt 0,0 auf Niklas Tauer. Und deswegen macht es vor allem auch weiterhin, finde ich, aus Mainz und Tauer Sicht vollkommen Sinn, die Laie abbrechen zu wollen. Und vielleicht ist auch das dann eben am Ende für alle das Beste. Also wenn Tauer hier, so heißt es, einen neuen Laie-Verein findet, dann soll auch die Laie abgebrochen werden. Halte ich auf jeden Fall für ein sehr realistisches Szenario. Sprich, diese beiden Spieler, Kozuki und Tauer, das sind sicherlich auch die wahrscheinlichsten Abgänge im Winter. Und einer wurde ja auch als möglicher Abgangskandidat genannt. Und das ist Thomas Ovejan. Aber da geht die Tendenz aktuell eher in eine andere Richtung. Ovejan hat ja zuletzt seinen Stammplatz verloren unter Karre Gerrads. Generell waren seine Leistungen in Liga 2 in der aktuellen Saison schwankend, würde ich es mal so ausdrücken. Klar, es gab noch die ganze Geschichte rund ums Düsseldorf-Spiel. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall abgehakt. Das spielt keine große Rolle mehr. Wichtiger ist eben dort sein sportlicher Wert. Und der ist eben nicht mehr so groß wie beispielsweise noch vor zwei Jahren. Sein Vertrag läuft ja am Saisonende aus. Auch deswegen kam er durchaus das Thema auf, ob man sich vielleicht vorzeitig im Winter trennen wird. Aber laut der Bild-Zeitung ist das wohl aktuell kein Thema. Denn Ovejan will seinen Vertrag erfüllen. Also trotz dem Thema mit seiner Auswechslung, mit der Suspendierung und sowas, pflegt, wie man hört, auch Ovejan ein vernünftiges, gutes Verhältnis zum Trainer. Die verstehen sich, die haben eine offene Kommunikation. Das passt auf jeden Fall. Und deswegen will Ovejan auch nicht auf Teufel komm raus Schalke verlassen. Deswegen geht die Tendenz dahin, dass Ovejan Schalke zum Saisonende ablösefrei verlassen wird. Und um eben da auch dann einen passenden Klub zu finden, will er dann nochmal in der Rückrunde alles reinschmeißen. Nochmal alles geben. Nochmal angreifen eben auch für Schalke, um eine richtig gute Rückrunde zu spielen. Um sich natürlich auch dann im besten Falle für andere Vereine aus seiner Sicht zu präsentieren. Am Ende kann davon sicherlich jeder profitieren, wenn Ovejan eine gute Rückrunde spielt. Und ich denke mal, es macht auch durchaus Sinn, das Kapitel am Saisonende zu beenden. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn er eine solide Rückrunde spielen würde, dass man da nochmal verlängert, weil auch da einfach die Verletzungsanfälligkeit relativ hoch ist. Plus eben auch Ovejan ein perfekter Spieler ist für die Dreierkette, aber selbst da durch seine defensiven Schwächen immer wieder für Probleme gesorgt hat. Und deswegen glaube ich, ist das Szenario auf jeden Fall auch durchaus passend. Interessant wird es am ersten Rückrundspieltag gegen den HSV. Da wird der Ovejan wahrscheinlich direkt mal spielen und gefordert sein durch die Sperre von Möken. Da bin ich mal generell gespannt drauf, wie das dann funktioniert. Aber generell ein Winterwechsel scheint wohl aktuell eher unrealistisch zu sein. Denn klar ist auch, wenn Schalke Ovejan im Winter bereits abgibt, dann müsste er sicherlich auch Ersatz her. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Wer euch wundert, warum meine Stimme vielleicht noch ein bisschen abgehakt ist, ich nehme das Video gerade in der Nacht von Freitag auf Samstag auf. Ich komme gerade erst aus dem Stadion und nehme eben dann schon das Video auf für den Sonntag. Denn ich bin Samstag und Sonntag in Nürnberg unterwegs, zum einen im Stadion, zum anderen auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ein bisschen in der Stadt, ein bisschen entspannen eben auch nach den ganzen Stadion-Vlogs. Und deswegen wollte ich mir eben auch gerne vornehmen, dort vor Ort keine Videos zu machen, aber für euch trotzdem die News zu bringen von Schalke. Und weil Wochenende ist, weil wir ein Freitagsspiel hatten, ist eh nicht so viel los. Und da macht es eben auch durchaus Sinn, jetzt schon das Video aufzunehmen am Samstagmorgen oder in der Samstagnacht, besser gesagt, für den Sonntag. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall für euch okay war. Also eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne auf Schalke Inside Clips vorbei, ebenso in meinem Stadion-Vlog von Schalke gegen Fürth. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video.